Also Hardy, Big Tasty oder was? Warte mal, wie hieß'n das? Mach mal so, mach mal so und mach mal, ähm, ich auch nicht. Nee, Big Tasty mach ich nicht. Der in Schottland, der Big Tasty, war geil. Ja, das war aber die Zeit, bevor der in Deutschland existierte. Oder müssen wir da eine Reihe zaunen zwischen? Weil der BSE hat oder was? Ja, ich mach da, glaub ich, so ein G-Weg. Nee, der war irgendwie tasty. Warte mal, warte mal. Weil er hatte ja auch da noch richtig Hunger. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage hat Jay einfach keine Hunger mehr. Ich hab grad fast in Rift gefallen. Nein, aber so richtig Hunger. So richtig Heißhunger. Heißt du so, wenn du Hardys Mom halt zwei Monate lang nicht gesehen hast? Das ist auch richtig Heißhunger. Boah, das ist aber auch richtig Heißhunger. Oh, Spaß. Du kriegst ja schon Harten dran, wenn du dran denkst. Ja, richtig. Seh' ich auch so schon. Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich mir einen runtergeholt hab, weil ich die, weil ich die Hand gesehen hab in dem Wasabi-Video. Das stimmt. Ich auch. Weißt du, diese Hand hat mir schon so viele Momente beschönert. Komm schon Jay, laber doch nicht. Du warst von Hardys Kind-Interpretation so angetan. Nee, überhaupt nicht. Ich fand diese grazilen Hände. Weißt du, wie sie... Ich hab daran gedacht, wie sie meinen Penis umschließen. Boah. What? Alter, langsam wird's echt creepy Jay. Richtig creepy. Hardys am Abend gleicher. Weißt du, dass du manchmal unsere Videos guckst? Das geht auch für Christian. Das läuft aber nicht zur Seite. Doch, das läuft zur Seite, Hasi. Ja, mach mal an. Mach mal, Hasi. Macht er die doofen Löcke weg. So. Das ist voll super. Warte. Jetzt werden wir jetzt sehen, was mit dem Chicken passiert. Ah, ist das schön. Ich muss mich gerade um meine Katze kümmern, die gerade... Was machst du denn gerade? Um die Katze kümmern. Die ist nämlich gerade voll aggro, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Und dafür müsste ich sie erstmal bändigen. Boah, Alter, da muss ich sagen, da hatte ich ja gerade echt richtig mal Puls, wa? Leck mich am Arsch. Huiuiuiuiui. Wo bist du denn gerade? Bist du denn auch in dem Rift, oder was? Ich bin auch in dem Rift. Eine Sache, die ich ja krass finde, ist halt die Sache, dass irgendwie... Jetzt kommt's. ... dass irgendwie die ganze Zeit das Geteile nicht da bleibt, wo das ist. Ey, warum geht denn das kaputt? Das scheiß Getreide. Das geht immer von alleine weg. Oh nein, Adi. Du hast halt nicht genug beleuchtet, Adi. Du musst halt beleuchten. Das könnte echt sein. Vielleicht hast du da nicht genug Licht gemacht. Vielleicht hast du nicht genug gegen Bam getan. Diese kleine Hure. Ich war das nicht. Wo ist der? Leck doch. Wie ist das, dass ich den nicht sehe? Du miese Bitch. Der Adi muss das besser beleuchten. Die Lüge. Was nicht. Da oben ist er. Die haben ihn gefunden. Wo? Da ist er. Ja, ich hab ne. Weee. Ich hab ihn wieder verloren. Ja, wahrscheinlich hat der so'n... Hier ist er. Oh shit, Trampfer. Boah Junge, war der Knopf. Da läuft er. Da läuft er. Da läuft er. Da ist er. Wir haben ihn wieder gesehen. Oh. Ich bin der Laserfighter, Adi. Und du bist die Katze. Geh den aber an dich, Adi. Mach deinen Klang. Boah Junge. Boah Junge. Boah Junge, wie ne Karriere. Hau mich bitte. Boah Junge. Da ist er. Jetzt hol ich mir den. Jetzt hol ich mir den. Oh shit. Jetzt, Adi. Wird gleich eh wieder sterben. Wo ist der hin? Es ist weg. Ich seh den aber auch kein Stück mehr. Ohne Scheiß. Ah, ich seh ihn. Ich bin hinter ihm her. Echt? Warte. Peter, läuft der mir wirklich hinterher? Ne, der läuft mir hinterher. Ach so. Ach so. Peter will das Spielchen auch spielen, ja? Also ich hab doch in der Konstruktion noch nicht ganz verstanden, Adi. Ich seh die zwischendurch. Ich seh die zwischendurch. Also das ist jetzt irgendwie... Ich weiß auch nicht, was er hat. Bauen wir nur Bullshit. Uuhh! Sepp macht mich gleich weg! Ohohohohohohoho. Adi, da bin ich nicht. Da fliegt das Jetpack wieder hoch. Ich hab jetzt Pfeil und Bogen, das könnte lustig werden. Ja, ich bin auch schon am Rückweg. Ah, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Lasst doch mal ne Bewertung da. Das war's für heute.